ARD Text im Auftrag von Funk Waren, die nach Ablauf der Garantie kaputt geht, sondern wir haben HP, wir haben Lenovo, wir haben Apple, haben Sie sicherlich schon mal davon gehört. Und bevor Sie jetzt abschalten, keine Sorge, wir machen das Ganze auch noch bezahlbar, stimmt's, Ingo? Ja, ganz genau. Wir haben diese Laptops für Sie jetzt. Das ist was ganz Besonderes, weil ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, wenn Sie mal in ein Elektronikfachgeschäft gehen zurzeit, gibt es fast keine Laptops und schon gar keine Markenqualität. Es gibt luftleere Räume. Leere Räume und das kann man bestellen, dann dauert es ein, zwei, drei Monate. Man weiß nicht, welchen Preis man dann bekommt. Sie haben von den Lieferengpässen gehört. Wir haben alle vier Laptops, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, verfügbar. Die können Sie bestellen und sind in wenigen Tagen bei Ihnen. Vielleicht auch schon mal an Weihnachten denken. Also es ist ja so, dass jeder ein Laptop braucht und da will man natürlich auch ein tolles Laptop haben. Vielleicht auch für sich selber, wenn Sie ein altes Laptop haben. Sie ärgern sich jedes Mal, wenn Sie irgendeine Datei aufmachen. Das dauert und dauert und dauert. Das sind alles flotte Geräte, die wir Ihnen jetzt anbieten. Wir fangen mit Refurbished-Geräten an und da fangen wir an mit dem Laptop des Monats. Diana hat das jetzt vor sich stehen. Das ist ein HP-Laptop. Und schauen Sie mal, wie elegant das ist. Das ist richtig schick. Das ist unser Laptop des Monats. Also es ist unser tollstes Angebot für Sie heute, weil Sie es zum TV-Sonderpreis von 349,99 Euro bekommen. Das ist ein wunderschöner Laptop mit einem 12,5 Zoll großen Bildschirm. Super Farbqualität, hat einen modernen Prozessor drin, genug Rahmen, eine riesengroße SSD-Festplatte. Ist für mich von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Das ist ein Leasing-Rückläufer. Leasing-Rückläufer bedeutet, der war schon mal im Betrieb, wurde schon mal benutzt. Und dann, wenn der Leasing-Vertrag vorbei ist, haben wir den bekommen zu einem ausgesprochenen Superpreis. Und den wollen wir Ihnen natürlich gerne weitergeben. Sie kennen das. Leasing-Autos haben Sie vielleicht schon mal gehört oder vielleicht sogar gehabt. Da wird sehr darauf geachtet, dass sie also auch in guter Qualität wieder zurückkommen. Die werden sorgsam behandelt. Und dann, bevor wir die Ihnen verkaufen, werden die noch mal richtig durchgecheckt und sauber gemacht. Da wird jedes elektronische Bauteil einzeln geprüft. Sie sehen das mal hier. Also es wird nicht einfach nur mit einem Lappen rübergewischt. Da wird richtig gründlich sauber gemacht. Und hier sehen Sie, dass es wird wirklich jedes Teil rausgenommen und überprüft, bevor wir Ihnen das dann verkaufen. Wir haben hier ein HP Elite Book. Elite Book ist die Geschäftsrechner-Serie von HP. HP ist einer der größten Computerhersteller der Welt. Sagt Ihnen bestimmt was. Hewlett Packard. Die machen seit, ich glaube, 50, 60 Jahren sowas Computer. Sind also erfahren. Das ist ein Weltmarkt. Eine Weltmarke. Und der sieht super aus. Er hat natürlich hier diese Aluminium-Optik. Man erkennt es auch von außen schon. Also der zieht auch Blicke an sich, wenn Sie den rauspacken. Und ist ein Universalrechner, würde ich mal sagen. Der wirklich für alle Sachen, die man im Internet oder die man mit dem Computer machen kann, eben hier auch bestens für ausgestattet ist. Und das auf Jahre hinaus. Sie bekommen mit Windows 10 natürlich das neueste Betriebssystem dazu. Er hat einfach alles. Also 8 GB RAM. Eine 180 GB große Festplatte. Und er hat sogar einen Fingerabdruckleser. Das bedeutet, Sie brauchen sich keine Passwörter mehr zu merken. Sie können einfach mit dem Finger rübergehen. Und er füllt dann das Passwort aus. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Erleichterung, Anne. Weil Fingerabdrücke sind auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Das ist also ein eindeutiges Kennzeichen. Vielleicht sogar besser als ein Passwort. Und damit kann man dann eben Sachen, Seiten entsperren, sich irgendwo anmelden. Hat natürlich eine Webcam drin. Alles, was man so braucht. Er hat sogar einen SIM-Karten-Slot. Das heißt, du kannst hier also auch unabhängig vom WLAN ins Internet gehen. Einfach eine Telefonkarte reinstecken. Und schon ist man online. Mit einem Core i5-Prozessor. Also ganz moderner Prozessor. Und das ist ein Geschäftsrechner gewesen. Das bedeutet, das ist ein Rechner, der eben dafür gebaut ist, dass er auch robust ist. Dass man den hin und her tragen kann. Und vor allem, dass er zuverlässig ist und super verarbeitet. Ich sehe das immer bei den billigen Rechnern. Also man kriegt vielleicht für 400, 500 Euro, kriegt man vielleicht auch einen Laptop beim Elektronikfachhändler. Aber das ist dann alles Plastik. Hier sind die Scharniere. Das ist richtig auf Dauer gemacht, weil so ein Geschäftsrechner, der muss halt auch funktionieren und zuverlässig funktionieren, wenn man den irgendwo hin mitnimmt. Und er muss natürlich auch schick aussehen, weil man will natürlich, wenn man irgendwo in einem Meeting ist, auch einen schicken Rechner vor sich haben. Absolut richtig. Das ist auch ein schönes Einstiegsmodell, wenn man mal den Preis betrachtet. Also Preis-Leistung, Stabilität, was du angesprochen hast, oder Sicherheit nach militärischem Standard. Das ist auch ein tolles Einstiegsgerät für Kinder, Jugendliche. Also für Kinder, die jetzt, oder für Studenten, also eben dadurch, dass es so robust ist, auch ideal, um ihn mit hinzunehmen. Und die Optik gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also die kommt einem ganz speziellen Hersteller sehr nahe, wenn ich das mal so formulieren darf. Ist auch sehr schlank, gerade wenn ich ihn unterwegs nutzen will. Er wiegt halt auch wenig, ne? Ja, das ist ja das Tolle hier. Und Gewicht ist ein Faktor bei Rechnern, weil die trägt man immer hin und her, die Rechner. Und dann will man natürlich auch so wenig Gewicht wie möglich hintragen. Du hast gesagt, militärischer Standard. Der wurde tatsächlich zertifiziert nach US-militärischem Standard. Das heißt, der kann schon mal einen Stoß ab. Der kann auch Temperaturunterschiede ab. Und das ist eben die Sache hier bei diesen Rechnern, dass sie eben Geschäftsrechner sind. Das ist ein riesen Deal hier, den wir als Laptop des Monats haben. Wir schauen mal bei Pearl.de, was der normalerweise kostet. Und da sehen Sie, was Sie heute sparen. Knapp 360 Euro bei Pearl.de und bei uns für 349,99 Euro. Man muss allerdings dazu sagen, Sie sparen hier gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 79 Prozent. Überleg mal, Ingo, wo hast du das letzte Mal fast 80 Prozent gespart? Ist doch irre, oder? Ja, und das kosten diese Rechner normalerweise. Deswegen ist es unglaublich clever, sich so ein Refurbished, ist das neue deutsche Wort dafür, Rechner zu kaufen, zu diesem Preis. Da kann man einfach nur sagen, clever einkaufen. Das stimmt. Übrigens auch mit 24 Monaten Gewährleistung. Also das ist vielleicht auch ganz interessant für Sie zu wissen. Und Versandkostenfreie Lieferung bis zu Ihrer Haustür. Die bestellen dann meist die REF 1505 und die 569 für unser HP-Book hier mit einer riesen Preisersparnis. Also da muss man schon fairerweise sagen, das sind tolle Rechner, die eben normalerweise sehr teuer sind, aber verdienterweise auch jeden Cent wert. Und wir haben jetzt gleich auch noch ein zweites HP-Book für Sie, ein Z-Book. Und das ist wirklich jetzt die High-End-Ausstattung, oder? Das ist die High-End-Ausstattung. Hier haben wir noch einen größeren Prozessor drin, ein Core i7-Prozessor. Auch das ist jetzt, die Z-Book ist jetzt die Elite-Serie, sagen wir mal, von den Geschäftsrechnern. Und schauen Sie mal, auch der ist super elegant hier mit diesem Metalldeckel, mit dem gummierten Außenrum. Ich finde ihn optisch sehr gelungen. Und es ist einfach unglaublich, wie viel Technik in so eine kleine Maschine passt. Sie sehen, der Bildschirm ist deutlich größer. Hier haben wir 15,6 Zoll. Und dadurch haben wir natürlich dann auch Platz für numerische Tastatur. Das ist halt bei den kleineren Bildschirmen nicht möglich, das unterzubringen. Hier sehen Sie es auf der rechten Seite, da ist diese numerische Tastatur. Das Gehäuse ist aus Aluminium, also richtig hochwertiges Metall. Da eben, dass es eben auch robust ist, ein Qualitätsmerkmal. Und dieser Rechner, wie alle unsere Rechner, kommt natürlich auch mit Internet-Sicherheitssoftware. Das heißt, dass Sie sich auch sicher im Internet bewegen können. Der kostet jetzt zum TV-Sonderpreis 699 Euro. Und Sie sparen 74 Prozent. Wow. Das sind drei Viertel. Der würde also normalerweise viermal so viel kosten. 2.800 ist hier tatsächlich die unverbindliche Preisempfehlung von diesem Rechner. Das ist, weil wir halt diese Leasing-Rückläufer für Sie bekommen. Und gerade bei dem Rechner sehen Sie das auch nochmal ganz genau. Die Scharniere direkt unter dem Monitor, die sind aus Metall. Die halten richtig was aus. Den können Sie auf- und zumachen, können ein bisschen verbiegen. Auch die halten das aus. Das sind richtige Qualitätsrechner. Für den Preis, möchte ich mal sagen, mit der Ausstattung müsstest du eben normalerweise, das haben wir ja gesagt, diese unverbindliche Preisempfehlung bezahlen als Neugerät. Und wir geben Ihnen den als Leasing-Rückläufer, ein HP Sieburg 15 G2, also zweite Generation schon, hier mit allem drum und dran, diesen tollen Rechner. Der ist eben durch den schnellen Prozess, da kann man auch schon mal Spiele drauf machen und aufwendige Videobearbeitung ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und wenn ich einen Rechner so zusammenstellen dürfte, würde der ungefähr auch genau so aussehen, weil er halt diese tollen Einzelbauteile hat, super robust ist und eben zuverlässig. Und das ist das, worauf es ankommt, dass man einen zuverlässigen Rechner hat. Man möchte nicht, dass man, wenn man den jetzt einen Monat gehabt hat, dass dann die eine Taste nicht mehr geht. Dass das Scharnier bricht und das passiert bei billigen Rechnern, bei Plastikrechnern. Hier haben wir hochwertigsten HP-Rechner mit diesen tollen Scharnieren und der Aluminium-Ummantelung. Sie sehen die Farben, er ist super, super schnell. Ein ganz, ganz toller Rechner für wenig Geld. Das stimmt, 699 Euro. Man muss dazu auch sagen, Sie bekommen hier einen Rechner fast wie neu. Es ist ja, mit Leasing-Autos ist das ja genauso. Da achtest du wirklich sehr, sehr penibel darauf, weil du zahlst ja für jeden Kratzer. Und so ist es eben mit Rechnern oder mit Handys, gibt es ja heutzutage alles refurbished, ist das eben genauso. Und wir haben es vorhin auch gezeigt, diese Rechner, die wurden geleased von Firmen und kommen dann zurück zu einem unserer größten Refurbishers. Dann werden die auf Herz und Nieren getestet. Da wird nicht nur mit einem Läppchen, wie du gesagt hast, drüber gegangen, sondern Hard- und Software werden überprüft, sodass diese Rechner fast einen Neuzustand haben. Das muss man wirklich mal sagen, also ein Tip-Top-Zustand. Und Sie zahlen da einen Bruchteil dessen, was Sie neu bezahlen würden. Wir reden mal über den Preis und schauen auf Perl.de, was dieser HP, dieses Z-Book normalerweise kostet. Da sehen Sie es, 800 Euro. Das heißt, wir haben ja nochmal eine Preisersparnis von knapp 100 Euro. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, das ist ja, das ist dieses Clever-Kaufen, dass du eben diese Leasing-Rückläufer hier, was aktuelle Rechner sind, das ist kein altes Gerät, was aktuelle Rechner sind, dass du die hier zu diesem Spitzenpreis bekommst. Und weil sie Perl.tv schauen, bekommen sie auch nochmal den TV-Sonderpreis. Und die Rechner sind, wie gesagt, lieferbar. Mit diesem Refurbish-Rechner ist es natürlich so, wir haben da nur ein bestimmtes Kontingent. Den können wir nicht nachbestellen. Wir wissen nicht, wann dieser Rechner wieder reinkommt als Leasing-Rückläufer. Das heißt, da müssten Sie sich auch relativ beeilen. Es ist auch ein tolles, tolles Weihnachtsgeschenk für sich selber oder für die Kinder. Weil ein Laptop braucht heute jeder zum Arbeiten, für die Schule, zum Studieren. Es gibt ja auch so viele Sachen, da kann man gar nicht mehr ohne Rechner. Ich denke mal an Bank-Sachen, an sozialen Medien können Sie damit teilnehmen, endlich. Es ist alles drin in so einem Rechner. Und da können Sie auch als Anfänger sich einfach mal ransetzen und loslegen. Windows 10 ist so weit fortgeschritten schon, also dass es sehr benutzerfreundlich auch ist. Ich würde sagen, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, schnappt ihr mal den Nachbarsjungen und lasst ihr das ein paar Stunden erklären. Und lasst ihr bloß die Telefonnummer geben. Mit dem können Sie selber sofort loslegen. Der Browser ist dabei, es ist eine Textverarbeitung dabei. Und natürlich die Internet-Sicherheitssoftware, was ja auch sehr wichtig ist. Man hört ja sehr viele Horrorgeschichten von Identitätsdiebstahl. Das ist hier für alles gesorgt. Das ist ein Qualitätsprodukt. Ein richtig hoch Qualitätsrechner ist das hier von HP mit unserem Z-Book 15 G2. Das ist eine High-End-Ausstattung zum Preis eines Mittelklasse-Notebooks. Also hier bekommen Sie viel für wenig Geld. Und das für 699,99 Euro. Wenn Sie jetzt und spätestens die zwei Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung anrufen, sparen Sie nochmal 100 Euro. Das ist irre, oder? Ich meine, die UVP liegt hier locker bei, also Sie sparen hier 74 Prozent gegenüber der UVP. Und jetzt nochmal 100 Euro erspart, nur dass Sie den TV-Sonderpreis hierfür erhalten. Es macht wirklich Sinn, diese Refurbished-Rechner zu kaufen, eben weil man da hohe Qualität für sehr wenig Geld kriegt. Das ist ein gebrauchtes Gerät, aber es ist wirklich von einem Neugerät nicht zu unterscheiden, würde ich mal sagen. Also für mich. Doch, vom Preis. Ja, vom Preis natürlich. Und Sie bekommen trotzdem noch 24 Monate Gewährleistung. Also es ist ein super Deal, den Sie hier eingehen. Und vor allem jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit haben Sie vor, Ihren Liebsten auch mal eine Überraschung zu machen. Vielleicht wissen Sie, Mensch, Ihre Kids, die brauchen jetzt eigentlich einen neuen Rechner für die Schule. Dann sind diese Laptops Gold wert. Und apropos Gold wert, wir hatten Ihnen jetzt unsere Leasing-Rückläufe gekauft und jetzt kommen wir zu Neugeräten. Und auch auf die freue ich mich ganz besonders, denn wir haben, und jetzt spitzen Sie Ihre Öhrchen, wir haben Lenovo und wir haben Apple. Ja, ich weiß, Sie werden jetzt vor Freude Juhu schreien und denken dann im nächsten Moment, Neugerät, Apple, Lenovo, wer soll sich das denn leisten können? Wir machen es möglich. Ich weiß, Apple gibt normalerweise keine Rabatte, aber wir machen das schon, denn wir haben hier unsere speziellen TV-Sonderpreise. Und deswegen sind wir jetzt ganz stolz, dass wir Ihnen zwei nagelneue Rechner vorstellen dürfen. Einer besser als der andere. Einer kann sogar zwei was. Der kann sich sogar verrenken, wie Ingo immer so schön sagt. Und wir starten auch gleich mit unserem Lenovo. Ja, wenn ich mir unsere Auslage hier so angucke, das sieht aus wie im Elektronik-Fachgeschäft. Wir haben vier Laptops, die lieferbar sind und mehr finden Sie im Moment im Fachgeschäft auch nicht. Wir haben jetzt die beiden Spitzenmodelle aus der Windows-Welt und aus der Apple-Welt. Wir haben hier das Lenovo ThinkPad X1. Yoga heißt das. Yoga bedeutet, und du hast es ganz recht gesagt, ich sage immer verrenken, aber es ist eigentlich, eigentlich bedeutet es... Er macht den herabschauenden Hund. Den herabschauenden Hund, hast du gestern gesagt. Ganz genau. Und das ist jetzt hier das ThinkPad X1. Entschuldigung, ich habe es etwas aus der Kamera gerissen, aber jetzt haben wir es hier. Schauen Sie mal, wie flach und elegant das ist. Also erst mal der Bildschirm selber. Es ist ein IPS-Display. Das bedeutet, dass wir hier mehr Farben haben als in einem normalen Display und höheren Kontrast. Sie sehen, wenn Sie hier ganz nah rangehen, keine kleinen Pixel mehr, wie Sie das vielleicht bei sich am Fernseher kennen. Das ist alles wie ein Foto, kann man sagen. Ich mache den jetzt mal zu, dann sehen Sie, wie schick und elegant der ist. Der ist komplett aus Aluminium gefertigt. Sehen Sie das? Also es sieht super aus, dieser Rechner. Es ist super flach. Wenn ich mal meinen Finger daneben halte, sehen Sie mal. Also ich habe, das ist wirklich dünner als mein Finger, möchte ich fast schon sagen. Und dieser Rechner selber ist natürlich schon mal ein Hingucker. Das heißt, wenn Sie den auf den Tisch stellen, werden Sie Leute beneiden. Man sieht natürlich auch sofort, weil wir hier eben das ThinkPad-Logo haben, das ist ein Lenovo-Rechner. Das ist ein hochklassiger Rechner. Wie gesagt, wir reden hier von den Spitzenmodellen in der Windows-Welt. Und das ist der beste Laptop, den ich je in der Hand gehalten habe, weil er eben einmal so schön ist, aber eben auch von der Funktionalität unglaublich ist. Sie sehen hier, also ich hatte gesagt, das Display ist schon mal der Hammer. Ich drücke mal eben Enter, dass wir wieder den Bildschirm haben. Was dieser Rechner hat, und das ist das Unglaubliche. Er hat eine Yoga-Funktion, das bedeutet, ich kann den umwandeln in ein Tablet. Schauen Sie mal, wenn ich das hier mit einem normalen Laptop machen würde, würde der Monitor definitiv abbrechen. Und ich würde sagen, Ingo, du bist verrückt. Aber in dem Fall ist das gewollt so. Genau, es wandelt sich nämlich, wenn ich das umklappe, in ein Tablet um. Sie sehen das jetzt hier, haben wir diese Kacheln, diese Apps, wie Sie das vom Handy kennen. Da kann ich jetzt einfach, und das sogar hier, indem ich mit dem Finger draufgehe, ich mache mal hier solitär auf, dann sehen Sie, dass jetzt tatsächlich das Programm steigen. Jetzt kann ich hier tatsächlich, wie beim Tablet, ganz normal mit der Hand alles machen. Ich kann jetzt die 5 hier runterziehen, glaube ich, wenn ich das noch richtig habe. Ganz normal mit der Hand kann ich das alles machen. Dann kann ich, wie beim normalen Tablet, wenn ich das drehe, erkennt er automatisch, aha, ich habe es gedreht. Und dreht sich dann eben auch mit, und zwar in jede Richtung, die ich machen will. Das ist unglaublich, diese Technik, die wir ja haben, dass wir jetzt also ein Tablet haben und einen hochwertigen Rechner. Er hat natürlich den modernsten Prozessor, wahnsinnig viel Raum, eine riesengroße Festplatte, eine Webcam, alles standardmäßig drin. Wenn ich es im Tablet-Modus habe, ist hier hinten natürlich die Tastatur. Ich kann die auch nochmal umdrehen, dass Sie das besser sehen. Die Tastatur ist allerdings lahmgelegt in dem Moment, wo ich in den Tablet-Modus gehe. Jetzt bin ich hier im Tablet-Modus, es dreht sich gleich wieder automatisch um. Und wenn ich den jetzt wieder umklappe, wechselt er automatisch in den Laptop-Modus. Sehen Sie das? Kommt automatisch, jetzt habe ich wieder meinen normalen Windows-Laptop. Ich stelle ihn mal wieder hin. Der hat durch diesen Touchscreen, haben wir so viele Möglichkeiten noch hier dran. Ich drehe ihn mal eben kurz um, oder ich zeige Ihnen das hier so, kann ich das auch machen. Wenn ich jetzt auf einer Webseite bin zum Beispiel, das ist das Malprogramm, kleinen Moment. Aber man sieht schon, es ist super einfach gemacht. Einfach umklappen und dann den Rest macht der Laptop für Sie. Und das Tablet hat ja die gleichen Leistungsdaten wie das Notebook, ne? Ja, das ist auch noch das Tolle, dass wir hier eben ein Tablet mit diesen Leistungsdaten haben. Mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB große SSD-Festplatte. Aber guck mal, mit dem Touchscreen kann ich jetzt hier tatsächlich auch... Deswegen habe ich wahrscheinlich gerade Tablett gesagt. Ich habe die Plätzchen gesehen und dachte, wir backen uns in der Küche und habe schon... Aber das ist natürlich toll, ne? Ja, das gibt's... Aber dafür steht Lenovo. Die sind halt auch so ein bisschen... Heben sich von der Masse ab, ne? Und was Sie heute sparen, ich würde sagen, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ja. Auf... Ach, hier sehen wir es. Schauen Sie mal. 1719,46 Euro kostet der normalerweise. Also, puh, das ist viel Geld. Aber man muss auch bedenken, man bekommt ja hier zwei Geräte in eine, also Tablet und Notebook. Und jetzt bei uns für 1299 Euro. Das ist wahnsinnig günstig. Es ist das beste Notebook, was ich kenne. Gucken Sie mal hier mit dem Touchscreen. Wenn ich irgendeinen Text habe zum Beispiel, der mir normalerweise schwerfällt zu lesen, weil es so klein ist, kann ich wie auf dem Handy, kann ich hier den Text einfach größer machen. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich... Es gibt keine kleinen Texte mehr. Ich habe hier ein Dolby Atmos Surround-System drin. Das ist Lautsprecher, die es erscheinen lassen, als wenn der Raum nicht nur von links und rechts, der Klang nicht nur von links und rechts, sondern auch von vorne und hinten kommt. Ich habe vier Mikrofone hier drin. Das bedeutet, ich kann mich im Raum bewegen, der Rechner weiß, wo ich bin und macht dann eben automatisch richtig das Mikrofon auf mich selber. Das heißt, der Klang vom Mikrofon ist wie mit einem Headset. Das Ganze ist so gut durchdacht. Lenovo hat sich hier richtig Mühe gegeben. Das ist ihr Spitzenmodell. Das ist ein exklusives Spitzenmodell. Und wenn Sie einen exklusiven Rechner haben wollen, einen Premium-Rechner, dann ist das der Rechner in der Windows-Welt, der das alles erfüllt. Der sieht nicht nur toll aus, der hat auch, und das finde ich ganz beeindruckend, 18 Stunden Akkulaufzeit. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja toll. Überleg mal. Gerade so für Schüler und Studenten, die den ganzen Tag in irgendwelchen Vorlesungen lauschen müssen und dann vielleicht auch noch zu Hause noch was recherchieren wollen, da ist das natürlich toll. Ja, das heißt, du kannst hier tatsächlich also auch vormittags in der Schule, wenn deine Kollegen schon alle mittags ihren Laptop nachladen müssen oder keinen Strom mehr haben, kannst du ganz normal weiter nachmittags noch arbeiten und abends auch noch deine Hausaufgaben machen. Oder wenn du auf langen Reisen willst, kannst du komplette Serien damit durchgucken, ohne dass du es aufladen musst. Das ist also, Lenovo hat sich so viel Mühe damit gegeben. Die haben ein Zuverlässigkeitslabor, wo Tests gemacht werden mit diesen Rechnern, bevor sie rausgehen, dass sie eben auch Stöße abkönnen, dass sie zuverlässigst arbeiten. Das ist das Spitzenmodell, der beste Windows-Laptop, den es gibt. Und hier haben wir es als Neugerät zum absoluten Spitzenpreis. Tja, der Preis ist wirklich ein Hammer. Sie sparen jetzt hier 400 Euro gegenüber der UVP und das ist ein Neugerät. Also das ist eigentlich irre, was wir hier machen. Das ist jetzt schon Weihnachten und Geburtstag zusammen. Apropos wahnsinnig. Wir haben jetzt, und da haben Sie sich bestimmt schon die ganze Sendung darauf gefreut, ich übrigens auch, ein Apple MacBook Pro. Ja. Sie haben richtig gehört, ein Apple-Gerät. Und das ist auch neu. Warum, wenn Sie jetzt hier in dieser Sendung noch anrufen, jetzt in den nächsten zwei Stunden sparen Sie mal eben 100 Euro für ein Neugerät. Und du sagst es ja immer so schön, Apple gibt normalerweise keine Rabatte, ne? Ja, und das ist eben das MacBook Pro. Es kommt in diesem Karton zu Ihnen. Es ist nicht das MacBook Air. Also das normale Laptop ist die Pro-Version. Das heißt, die absolute Spitzenversion dieses MacBooks. Ein nagelneues, aktuelles Gerät. Und auch dieses Gerät will ich Ihnen eben mal zeigen. Ich nehme es eben mal kurz hoch. Da haben wir nämlich einen Rechner. Wenn ich den mal zusammenklappe, der ist so wunderschön. Schauen Sie mal, das ist aus einem Stück Metall gemacht. Aus einem Stück Metall gefräst, gebohrt und gelasert. Sowohl vorder- als auch rückseite. Ein super eleganter Rechner, den man natürlich auch von außen gleich erkennt. Also nicht nur an dem Apple-Logo, sondern weil er so flach, klein und super schön ist. Auch hier haben wir wieder ein IPS-Display. Das heißt, auch hier haben wir fotoähnliches Bild. Wir haben keine kleinen Pixel, die man mehr sieht. Wir haben komplette Farbspektrum, mehr Farben als ein normaler Monitor und im größeren Kontrast. Es sieht unglaublich toll aus. Wir haben hier unten, das kennen Sie aus der, wenn Sie Apple kennen, dann kennen Sie das. Hier unten sind alle Programme, die schon mitkommen. Wir haben Textverarbeitung, wir haben Spiele, wir haben Fotobooth, wir haben Tabellenkalkulation. Das kommt alles schon mit, wenn Sie diesen Rechner kaufen. Es kommt alles von Apple, das heißt, es ist optimal abgestimmt. Die Software auf die Hardware, diesen tollen, tollen Rechner. Und ein MacBook Pro für unter 1000 Euro finden Sie sonst nirgends, sage ich einfach mal so. Können Sie gerne googeln. Es ist das absolute Spitzenmodell. Wenn Sie Apple jünger sind, dann wissen Sie, dann brauche ich Sie nicht so groß zu überzeugen. Aber Sie werden auch dadurch, wenn Sie diesen Apple kaufen, Teil der Apple-Community. Das heißt, du kannst, weißt du, wenn du ein Apple hast, kannst du in jeden Apple-Store gehen und die geben dir Tipps und die machen Schulungen und reparieren deinen Rechner. Apple selber ist das egal, wo sie den Rechner gekauft haben. Sie wollen nur glückliche und zufriedene Kunden. Und jeder, der ein Apple hat, den ich kenne, ist ein glücklicher und zufriedener Apple-Kunde. Von den Programmen, die hier drauf sind, ich kann mal hier unten drauf gehen. Hier sind alle Programme, die mit diesem Rechner schon geliefert werden. Ups, hier ist es. Moment, ich habe die falsche Taste gedrückt. Aber allein schon der Monitor, das sind wirklich satte Farben, absolut scharf. Und das jetzt hier nochmal mit einer Preisesparnis von 100 Euro auf ein Neugerät. Das ist Wahnsinn. Das ist auch alles schon dabei, die ganzen Apps, ne? Ganz genau. Du hast hier Siri dabei, weißt du, das ist dieser Assistent, den du fragen kannst. Du hast hier deine Tabellenkorrektion, du hast Fotobooth. Du hast alles, was man von Apple kennt, ist dabei. Was wir noch dabei haben, und das ist das erste Mal, dass es bei diesem MacBook überhaupt kam, ist hier dieser Touchbar, nennt sich das. Das ist ein Monitor, den man berühren kann. Was hat das für einen Sinn? Ich zeige Ihnen das mal. Ich kann hier zum Beispiel auf Helligkeit gehen, dann erscheint hier dieser Schieber. Und dann kann ich, Sie sehen das hier, hier einfach die Helligkeit verstellen. Dieser Touchbar ändert sich, je nach Programm, was ich gerade laufen lasse, ändert der sich und passt sich dann dementsprechend an. Wenn ich hier unten zum Beispiel auf Fotos gehe, ich mache mal Fotos auf. Hier sehen wir jetzt unsere ganzen Fotos, die wir haben. Also ein Foto haben wir hier. Ich gehe mal nach hier oben. Da haben wir nämlich alle Fotos. Kleinen Moment. Also bedienen nur auch kinderleicht, ne? Ja, ist kinderleicht. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf Pearl.de, denn wir wollen ja auch hier schwarz auf weiß wissen, was wir sparen. 1.100 Euro auf Pearl.de. Und bei uns hier sehen Sie es, 100 Euro Preisersparnis auf ein Neugerät, ein Apple MacBook Pro. Und das hier, man denkt ja immer, Apple-Produkte sind benutzerunfreundlich. Aber ich muss sagen, wenn ich das hier bei dir sehe, ist es super benutzerfreundlich, oder? Es ist super benutzerfreundlich. Es ist halt alles durchdacht, weil alles von Apple kommt. Es kommt alles von Apple und ist optimal aufeinander abgestimmt. Und die haben immer wieder neue Sachen, die einen verwundern, die man noch nie vorher gesehen hat. Hier haben wir dieses, was ich Ihnen zeigen wollte mit den Fotos. Ich kann hier, haben wir auf dem Touchbar jetzt viele Vorschauen von den ganzen Fotos, die wir hier auf dem Rechner haben. Schauen Sie das. Dann kann ich einfach hier durchscrollen und die Bilder alle sehen. Es ist wirklich toll, oder? Die haben sich richtig Mühe gegeben. Das ersetzt die Funktionstasten. Wenn ich die Funktionstasten haben will, drücke ich einfach hier unten einen Knopf. Siehst du, hat sich das wieder geändert, der Monitor. Also es ist Wahnsinn, wie durchdacht das alles ist. Die sind wunderschön, diese Apple-Geräte, weil Apple immer sehr viel Wert auf Design auch gelegt hat. Sie werden also diese Geräte auch in Museen finden, weil das halt Kunstwerke sind, kann man schon sagen. Die sind absolut begeisternd und die sind von vorne bis hinten überlegt und immer wieder innovativ. Apple hat als erstes iPhones gehabt. Die haben als erstes diese Touchscreen-Telefonen gehabt. Und dieser MacBook Pro steht also jetzt dieser Innovation in nichts nach durch diesen Touchbar, sage ich mal. Und diesen vielen anderen Sachen, die hier noch eingebaut sind. Sie haben ein größeres Touchpad hier. Das ist 70 Prozent größer als das von seinen Vorgängen, also was man statt Maus benutzt. Die Tastatur ist eine sogenannte Butterfly-Tastatur. Das heißt, sie ist absolut haltbar und fasst sich super an. Da kann man ganz toll mit tippen. Hat den modernsten Prozessor drin. Es ist ein aktuelles Apple MacBook Pro für unter 1000 Euro. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Also Leute, die Apple kennen und Apple benutzen, lieben Apples und schwören drauf. Und das hat seinen Grund, weil das halt so tolle Rechner sind. Und hier haben wir jetzt das Spitzenmodell von den Laptops von Apple. Wie gesagt, es ist kein MacBook Air. Es ist ein MacBook Pro. Die Pro-Version dieses tollen, tollen Laptops zu einem absoluten Superpreis. Der Preis ist wirklich super. 99 Euro kommt sogar versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und es ist hier ein Neugerät. Man glaubt das ja immer gar nicht bei dem Preis. Weil Apple-Geräte sind unfassbar teuer. Also da zahlst du ja locker auch mal 1700 Euro für so ein Gerät. Und bei uns heute für 999,99 Euro. Das ist ein absoluter Spitzenpreis. Allerdings haben wir diese MacBook Pros nur in gewissen oder in ganz, ganz geringen Stückzahlen. Das heißt, wenn die wechseln, sind die weg. Und dann bekommen wir die auch nicht mehr nach. Ja, das ist es mit diesen Rechnern. Also alles, was wir im Moment auf Lager haben, ob das jetzt Rechner sind oder sonst irgendwas, haben wir da und lieferbar. Das heißt, Sie können es in wenigen Tagen bei sich haben. Wenn die weg sind, kriegen wir die vielleicht wieder. Ich weiß aber nicht, ob wir die wieder zu diesem Preis kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen MacBook Pro nochmal für unter 1000 Euro haben. Das haben wir im Bestand. Das können Sie bestellen. Und wenn Sie jemandem eine Freude machen wollen, dann kaufen Sie ihm einen dieser Laptops. Oder wie gesagt, wenn Sie selber mal die Apple-Welt ausprobieren wollen, als Windows-Benutzer, Sie sagen, Mensch, da muss doch irgendwas dran sein, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Weil für unter 1000 Euro ein Apple MacBook Pro gibt es so schnell nicht wieder. Oder vielleicht, wenn man eh iPhone-Besitzer ist, iPad-Besitzer, dann ist das ja auch toll, weil die reden ja miteinander. Es ist alles aufeinander abgestimmt bei Apple. Ob das das Telefon ist oder das Tablet von Apple, die reden miteinander. Wenn ich ein Foto auf dem iPhone mache, ist es im gleichen Moment hier auf meinem Rechner und überall verfügbar. Das ist alles durchdacht, weil es halt alles von einem Hersteller kommt und alles aufeinander genau so auch abgestimmt und durchdacht ist. Da muss man nicht kompliziert irgendwas hin- und herschicken oder mit dem Kabel-Handy verbinden. Ach, das kennen Sie sicherlich alles. Und sehr intuitiv. Sehr intuitiv. Also wirklich, da kann man sich sehr schnell reinarbeiten. Sie bekommen alle Programme dazu. Einen Spitzendeal, den wir Ihnen hier machen können. Die bestellen aber die ZX4067 und die 569 für unseren MacBook Pro. Aber auch unsere Refurbished-Geräte, die bei Diana stehen. Auch die ist noch heute schon sehr beliebt. Hören wir gerade, wenn Sie machen alles richtig. Sie suchen offenbar nach einem High-End-Rechner zum absolut kleinsten Preis, wenn er möglich ist. Greifen Sie jetzt zu, sichern Sie sich unsere Laptops und das zu Spitzenpreisen. Die Telefonnummer ist die 0800 51 51 und zweimal die 4. Die Telefonnummer ist die 0800 51 und zweimal die Kabel in der 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 Kabel. Und dann können Sie das mit einer Kabel in der 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 Kabel.